So, ein weiterer Test mit Siri, dem neuen Spaßfaktor, nützlichen Faktor und was auch immer vom iPhone 4s. Hallo Siri! Siri, liebst du mich? Ich bin nicht fähig zu lieben. Oh, schade. Ich liebe dich. Das kannst du nicht. Ich liebe dich. All you need is love und ein iPhone. Erzähl einen Mitz. Zwei iPhones stehen an der Bar. Den Rest habe ich vergessen. Wie wird das Wetter diese Woche? Hier ist die Vorhersage von heute bis über morgen. Suche im Internet nach iPhone 4s. Nach iPhone 4s suchen. Okay, das ist natürlich eine nützliche Funktion. Finde ich jetzt mal. Wenn ich jetzt im Internet irgendwas suche, dann sage ich das mit dem Handy schnell. Spiele Lady Gaga. Lady Gaga wird wiedergegeben. Stopp. Okay, Pause. Natürlich auch. Eine tolle Funktion. Was kann das Telefon denn noch? Wie steht denn die Apple-Aktie? Apple schloss gestern bei 395 US-Dollar und 31 Cent. Okay. Wann habe ich Geburtstag? Absolut unverändert für Investors Capital Holdings gestern. Immer noch 4 US-Dollar und 61 Cent. Wann hat Joni Geburtstag? Welchen Kontakt möchtest du? Joni ums Laptop? Du hast am 21. November Geburtstag. Okay. Das ist natürlich auch eine tolle Funktion. Zeige meine Erinnerungen. Du hast drei Erinnerungen. Okay. Was gibt es heute zum Essen? Du hast für heute nichts im Kalender. Okay. Was gibt es morgen zum Essen? Du hast für morgen nichts im Kalender. Okay. Na ja. Woher sollte das Handy auch wissen, was meine Frau zum Essen kocht? Was kann man denn noch fragen? Es gibt so viele Funktionen. Neue Funktionen. Leider ist das mit dem Navigieren noch nicht so. Oder noch die Funktion besteht noch nicht. So. Das war es jetzt vorerst mal. Danke fürs Zuhören. Profil aus in. Vielen Dank.